Ja, Sven Bertschi, das erste Zerringer-Derby für Sie ist unter Dach und V8. Der Sieg ist eingehütet. Die Bilanz jetzt nach diesen 60 plus Minuten. Es war ein super Spiel für beide Mannschaften. Viel hin und her. Wir sind froh, dass wir hier in den Overtime gewinnen konnten. Wir haben wirklich ein solider Match gespielt. Das haben wir im zweiten, dritten Ritualisieren mehr Chancen gehabt. Aber wir haben bis zum Schluss gekämpft. Im dritten Ritual haben wir wieder den Meisterl dominiert. Und ich bin glücklich mit dem Gewinn. Sie sind ja mit dieser Rivalität aufgewachsen. Sie haben das wahrscheinlich schon als junger Junge kennengelernt. Wie war es jetzt von den Emotionen her? Ja, speziell. Die neue Arena. Super Atmosphäre. Unsere Fans, wie immer, können wir für uns hier feiern. Es war eine super Atmosphäre. Es war auch ein Hatch-Bow. Wir haben einander zu checken. Es war physisch. Von dem her, das ist perfekt für die Fans. Gratulieren. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das war's.